Nachdenkseiten. Die kritische Website. Argentinien hat jetzt den Präsidenten, den das Volk nicht verdient. Ein Zwischenruf von Frank Blenz. Kettensägenmethode und andere Rosskuren haben in vielen Ländern Hochkonjunktur. Hierzulande werden in diesen Tagen, Wochen, Monaten einer fleißig am Laufen gehaltenen Krise gern die Worte wie Gürtel enger schnallen oder die guten Zeiten sind vorbei, ebenso die fetten Jahre. Für wen waren diese eigentlich fett? Das alles wird verwendet. Anderswo fallen bildlich gemeinte Ansagen und Kampagnen sogar noch drastischer aus. So in Argentinien, wo der im November gewählte Präsident Javier Milley seine Amtsgeschäfte aufgenommen hat. So wie in Deutschland zielt auch in Argentinien das markige Verhalten der politischen Klasse einzig darauf ab, soziale Standards für die Mehrheit der Menschen zugunsten einer gierigen, nimmersatten, machtgeilen Minderheit zurückzudrängen. Bitter hört sich dazu noch die Begleitmusik prägend öffentlich-rechtlicher Medien an, zum Beispiel Deutschlandfunk, die sich nicht gegen den neoliberalen Wahnsinn stellen. Anarcho-Kapitalist wird gefeiert. Die Moderatorin der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft des Deutschlandfunks vom Montag, den 20. November 2023, kann keine Leserin der Nachdenkseiten sein. Sollte sie aber. Denn zum Thema Argentinien veröffentlicht die kritische Website in jüngerer Zeit oft und intensive Artikel. Die Radiofrau wäre bei der Lektüre darauf gekommen, dass die gegenwärtige Entwicklung in dem südamerikanischen Land alles andere als ein Schwärmen zulässt. Sie hätte diese Erkenntnis vielleicht für ihren Beitrag nutzen können. Doch schwärmte sie stattdessen beinahe vom womöglich folgenschweren Wahlsieg eines Mannes, bewundernd in der DLF-Ankündigung als Anarcho-Kapitalist tituliert, weil dieser bislang unbekannte Politiker aufgrund seiner sehr prägnanten wirtschaftspolitischen Ideen gewonnen habe. In das gleiche Horn des Lobes blies ihr Interviewpartner. Von den Gefahren für die Zivilgesellschaft durch einen Neofaschismus des neuen Präsidenten Ravi Millay mit seinen Vorhaben eines fortgesetzt entfesselten neoliberalen Umbaus des ohnehin ausgepressten Landes war kein Wort zu vernehmen. Videoclip zum Schaudern Vor dem Hören der DLF-Sendung zum Thema Argentinien nach der Wahl wagte ich einen Blick in die Welt der bewegten Bilder. Diese Filmchen in den sozialen Medien sind mitunter überaus bizarr. So einer über Javier Millay während der Wahlkampfphase. Er, ein Mann mit einer Frisur wie aus einem Krimi aus den 70er Jahren, steht in einem Studio vor einer Tafel und reißt lautredend und gestikulierend nach und nach beschriebene Klebezettel von dieser. Kulturministerium steht auf einem der Zettel. Der Mann namens Javier Millay, 53 Jahre, sagt voller Tatendrang und Wut, das kann weg, kann weg, kann weg. Was mich neben dem Clip irritierte und in einen Modus des Einspruchs versetzte, war die teils unverblümte naive Begeisterung junger Leute, die sich derartige Videoclips ansehen und dies zigfach liken. Man muss annehmen, kettensägende, kürzungsorgien auslösende Politiker werden dafür geliebt. Was für eine Welt. Solche Clips bräuchte man an und für sich nicht ernst nehmen. Doch der belächelte, bejubelte, bisher nicht ernst genommene und gefeierte Klicksamler Millay meint sein, kann weg, bitter ernst. Seine kalkulierte, auf Stimmenfang basierende Maskerade gehört dazu. Optik, Auftreten, Geschrei. Das ganze Theater sah das Publikum, also die Wähler, wie bei anderen berühmt-berüchtigt gewordenen Angehörigen der politischen Eliten, die tatsächlich die Spitzenpositionen ihrer Länder erklommen und dann wenig, bis nichts Gutes für die Menschen im Schilde führten und führen. Was ist dann aber von einer sogenannten Wahl zu halten, die so inszeniert wird und den Menschen eines Landes, also hier Argentinien, letztlich wenig bis gar keine Wahl oder und Alternativen bietet? Nichts. Tatsächlich stand das Wahlvolk Argentiniens lediglich vor der Wahl, den festgefahrenen Status quo der Stagnation und Resignation und Ohnmacht der alten Regierung und ihrer Gefolgschaften weiter zu legitimieren oder sich das nun drohende Chaos anzutun, als schaue man dann halt vollends in den Abgrund. Wen kümmert das bei der ganzen Show, wenn der Klamauk verfängt? Ja, Millay erfährt auch bei uns in Deutschland eine Weihe, seriös, ideenreich und prägnant betitelt zu werden. DLF, Zitat, Sehr prägnante wirtschaftspolitische Ideen Beim Deutschlandfunk erlebe ich zwar keine bewundernde Schreierei ob eines Videoclips, dafür hört sich in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft der Beitrag aus Argentinien an, als wäre nichts weiter passiert. Moderatorin Birgit Becker leitet ihren Beitrag mit den Worten ein, dass der oben beschriebene Javier Millay mit und wohl dank seiner sehr prägnanten wirtschaftspolitischen Ideen gewonnen habe. Nüchtern und sachlich klingend sprang Gesprächspartner Günther Mayholt von der Freien Universität Berlin bei, indem er Millays heterogenes Programm und dessen Ablehnung der bisherigen Politik, die der Peronisten, zur Sprache brachte. Fachmann Mayholt bezeichnete deren Politikkombination als Dickicht. Transferleistungen, Subventionen und der dritte Faktor, die Korruption. Mir kam die Aufzählung wie eine fragwürdige Konstruktion Dickicht vor und dass mit diesem Unwort viel mehr soziale Bemühungen, staatliche Souveränität, das Bemühen für ein gedeihliches Gemeinwohl, welches ja von Korruption, Gier, Beziehungen gefährdet ist, diskreditiert wurde. Sozialausgaben und soziale Standards sind kein Dickicht. Zumindest warnte der Fachmann der FU Berlin vor einer Dollarisierung des Landes, die Argentinien komplett von den Entscheidungen in Washington abhängig machen würde. Millay plant die Einführung des US-Dollar. Dass derlei Abhängigkeit, dass derlei Einmischung, Beeinflussung, Anmaßung aus eben dem mächtigen Washington, den USA, mit und ohne Dollar, lange schon Alltag und Teil und Ursache der schwerwiegenden Krise und Krisen von Argentinien ist, darüber verlor der Fachmann keine Silbe. Er fühlte nicht aus, wie Argentinien in die Fänge internationaler Finanzinteressen geriet. In Abhängigkeiten wie der gegenüber der Weltbank oder der vom IWF, dem Internationalen Währungsfonds, gefangen ist und bleibt. Mit der Kettensäge, das ist allenfalls ein kräftigerer Ausdruck als eiserner Besen, Tacheles, klare Kante, ein Ausdruck, der sich gut für TV-Sendungen und Wahlkampfauftritte eignet. Kettensägenpräsentation in echt, inklusive. Millet und dessen interessierte Gefolgschaft und ihr Plan werden gerade entlarvt. Ultrarechter Neoliberalismus. Von wegen Wiederaufbau des Landes. Was in eine neue Phase tritt, ist die fortgesetzte Selbstbedienung bei den Ressourcen des stolzen Landes Argentinien und das Niederhalten des Volkes. Fast klingt es wie ein freudscher Versprecher, wenn beim geplanten neuen Millet-Ministerium von menschlichem Kapital die Rede ist. Die DLF-Moderatorin wendet für mich fade ein, dass Argentinien vor 40 Jahren doch noch zu den reichsten Ländern der Welt zählte. Sie fragte nicht, warum nur musste dann in diesem Zeitraum ein Militärputsch stattfinden, um das Land noch reicher zu machen? Warum packte der große amerikanische Nachbar die USA damals und bis heute so gierig und machtbewusst zu, wie es in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern ebenfalls US-Entwicklungsprogramm war und ist? Die Kettensägenmethode. Was bedeutet das? Beim DLF blieb das in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft für mich unerläutert. Gut, ich informierte mich anderswo beim Öffentlich-Rechtlichen, bei den Kollegen der ARD, bei der Tagesschau, war ein Eindruck davon zu erfahren, welche Einschnitte Javier Millet bei staatlichen Institutionen in Höhe von 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes vorsehen würde. Man stelle sich das vor. Rund ein Dutzend Ministerien sollen aufgelöst werden. Bestehen bleiben würden die Ressorts für Verteidigung, Justiz, Wirtschaft, Außenbeziehungen, Infrastruktur und Inneres. Ein neues Ministerium für, wie schon erwähnt, menschliches Kapital, allein der Name sagt viel über die Gesinnung Millets, soll die Ressorts Arbeit, Bildung, Gesundheit und Soziales vereinigen. Der Kahlschlag hat begonnen. Der Kultur, dem Film und der Wissenschaft geht es ebenso mittels Kettensäge an die Substanz wie den staatlichen Fernsehsendern. Der neue Staatschef will diese TV-Sender schließen. Auch sonst scheint das sogenannte prägnante wirtschaftspolitische Programm Millets auf freie Fahrt für Einsparungen und Privatisierungen in Größenordnungen ausgerichtet. Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren auf die argentinische Art. Der Steuer- und Finanzausgleich zwischen den Regionen des Landes steht auf der Kippe. Im Millet-Videoclip wurde das effektvoll angekündigt mit Kann weg. Bei einer jährlichen Inflationsrate von 142,7 Prozent und 40 Prozent Armut steht Argentinien mit dem Rücken nach wie vor an der Wand. Doch ist das Zurückfahren sozialer Rechte und die Aufgabe demokratischer Standards der richtige Weg zum Wiederaufbau? Nein, dieser Rechtsaußenweg ist es nicht. Eine argentinische Bürgerin. Kein Aufbau mit einem solchen Präsidenten möglich. Bei der Tagesschau waren Zitate zu lesen, die die Krise in Argentinien in Wahlzeiten und die Ängste der Menschen offenbaren, wie sie empfinden und schwer davon betroffen sind. Zitat Heute wählen wir Demokratie oder Neofaschismus mit dem Paradoxon, dass diese Kandidaten die Demokratie und ihre Wahlinstrumente benutzen, um sie und den Rechtsstaat anzugreifen. Und das ist etwas, was mich sehr beunruhigt, führt Anna Carriaga aus. Zitat Ende. Dass genau 40 Jahre nach Rückkehr zur Demokratie, nun aber ausgerechnet in Argentinien, die neue Rechte einen Sieg eingefahren hat, sorgt bei vielen auch für extrem große Sorge. Zitat Zitat Ende. Ich habe Angst. Nichts weiter als Angst, sagte auch die Masserwählerin Belen Martinez. Sorgen mache ihr vor allem Millets künftige Vizepräsidentin Vitoria Villaruel. Die Tochter hochrangiger Militärs bedient die konservative Klientel, pflegt Kontakte zu rechten Gruppierungen auf der ganzen Welt und verharmloste immer wieder den Staatsterror während der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 mit schätzungsweise 30.000 Verschwundenen. Belen Martinez weiter. Mit einem Präsidenten, den die Militärdiktatur verharmlost, der sexistisch und frauenfeindlich ist und den Klimawandel leugnet. So kann man doch kein Land für niemanden aufbauen. Hoffnung auf ein Scheitern der Kettensägenstrategie? Bei allem Aktionismus, allem Drohen. Millet, der neu gewählte Präsident Argentiniens, kann nicht im Alleingang agieren, schalten und walten, die Kettensäge herausholen, wie es ihm beliebt. Letzteres kann er allenfalls in TV-Shows. Hoffnung macht vielen Menschen in Argentinien, dass Millet stabile Mehrheiten für sein geplantes, ungebremstes Handeln fehlen. Im Parlament kann er auf 15% der Abgeordneten bauen, was nun mal keine Mehrheit bedeutet. Und auch Günter Mayholt, der Deutschlandfunk-Interviewpartner von der FU Berlin, wagte eine Prognose. Die Konfrontationsstrategie von Millet sei zum Scheitern verurteilt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.